Nee, Mutti, das ist kein Doping. Ohne Scheiß jetzt mal. Ja, das ist ganz normal, das braucht man als Kraftsportler. Pass mal auf, mein Freund, so funktioniert das nicht. Du kannst dir nicht irgendwelche Scheiße aus dem Internet bestellen und dann meinen, das ist gut für deine Gesundheit. So läuft das nicht. Was sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel und was fällt dann schon in den Bereich des Dopings? Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute geht es mal darum, der ein oder andere oder die ein oder andere hatte mich schon angeschrieben und meinte hier, kannst du mal meinen Eltern sagen, dass Kreatin beispielsweise jetzt nicht Doping ist und so. Das läuft wahrscheinlich auf diese Geschichte drauf hinaus. mit diesem Spezialisten, der bei Stern oder Spiegel oder was auch immer für ein TV saß und meinte, Kreatin würde schon in Richtung Doping gehen. Gut, ja, da sind natürlich Eltern besorgt, kann ich natürlich nachvollziehen. Deswegen geht das hier so ein bisschen, zum einen können ihr, wenn ihr Probleme mit euren Eltern habt, euren Sportler irgendwie zu erklären, dieses Video euren Eltern zeigen, dass die vielleicht so ein bisschen mitkriegen, okay, da gibt es Doping, da gibt es sowas, was so halblegal ist, aber das, was du machst, ist jetzt okay so. Und vielleicht, wenn ihr irgendwelche besorgten Eltern kennt, gibt ja auch einige ältere Zuschauer, dann könnt ihr dieses Video vielleicht den Leuten zeigen. Oder vielleicht seid ihr auch selber besorgt, so. Was ich aber nicht glaube, weil wenn ihr diesen Channel seht und dann Kinder habt, die sich mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandersetzen, gehe ich mal davon aus, dass ihr in etwa ein bisschen im Thema steckt, so und dann wisst, ja, was ist jetzt böse, was ist jetzt nicht böse. Gut, ich kann jetzt hier nicht sagen, hier, bla, ist jetzt, was weiß ich, Animal Pack Doping oder nicht Doping, ist jetzt das und das, sondern ich muss hier kategorisieren und muss sagen, ganz klar, es kommen jederzeit und ständig neue Sachen auf den Markt. Viel davon ist Klamauk, also viel irgendwas zusammengewürfeltes und wie sie alle heißen da auf Amazon oder so, Testobol oder was sind dann ausgemacht, so wie Anabolika und sowas, ist aber nichts drin außer, ja, Firlefanz, das soll halt dem Käufer suggerieren, es soll sowas ähnliches wie Anabolika sein, ist es aber nicht. Also im Prinzip Kundenverdummung, den Leuten, ja, die Anabolika suchen, irgendwas zu verkaufen, was die im Glauben lässt, dass es so ist, aber trotzdem hohen Preis dafür nehmen, weil sie müssen sich ja auch den ganzen Marketing-Scheiß erlauben so, um dann den Kunden im Prinzip zu verarschen mit einem Produkt, was in keinster Weise halt Anabolika darstellt. Das natürlich ist zum einen, ja, dumm für denjenigen, der Anabolika kaufen will, aber natürlich sehr sinnvoll für die Firma, weil die Firma im Prinzip nichts Verbotenes macht. Es ist halt Kundentäuschung, was auch immer, letzten Endes, wenn du es aber so kaufen kannst, ja, dann, naja, gut. Fangen wir erstmal an. Amazon ist schon mal so ein guter Punkt. Amazon.de, also das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen kauft, ja, also jetzt mal an die Jugend, wenn ihr irgendwas kauft, was ihr auf Amazon kaufen könnt, dann ist es in 99% der Fälle nicht Doping, ja. Ich habe bis jetzt, ich habe auch etliche Links schon geschickt bekommen, so Amazon Links, was auch immer. Kein Doping. Das sind dann halt entweder diese, ja, Verarschungspräparate, sage ich mal, wo ihr halt verdummt für dumm verkauft werden sollt, um etwas zu kaufen. Was ist dann, was weiß ich, beispielsweise gibt es da Sachen, die sind aufgemacht, wie eine Omnadreen-Packung. Also auch komplett mit dem rosa oben, weiß unten, bla und so. Und ist irgendwas draufgedruckt, was weiß ich da, Omnabol oder irgendeine Scheiße. Also es hört sich dann noch so ähnlich an. Wenn man dann aber auf die Inhaltsstoffe guckt, dann sieht man, okay, das ist jetzt Quatsch, ja. Genauso sind auch solche Sachen wie Ektesterone oder sowas, ne. Also Ektesterone sind halt im Prinzip Steroide, die, ja, an Rezeptoren andocken, um den Häutungsprozess einzuleiten, ja. Also das heißt, bei so Krebstieren und Spinnen und was auch immer, alles Mögliche, was sich häutet, da funktioniert das. Der Mensch, außer wenn ihr einen echt harten Sonnenbrand habt, häutet sich grundsätzlich erstmal nicht. Dementsprechend hat er keine Rezeptoren dafür und es ist dann Firlefanz wieder. Ja, also da wird wieder gesagt, oh, hier, Anabolis-Hormon aus der Natur gefunden, wir haben es jetzt, ne, und jetzt könnt ihr es kaufen. So, das ist halt dann auch wieder im Prinzip Kundenverarschung mit irgendetwas, was im Prinzip in der Tierwelt funktioniert, bei uns aber nicht funktioniert. Also da müsst ihr auch irgendwie keine großartigen Gedanken um eure Kinder haben oder dass ihr versehentlich irgendwas konsumiert, was irgendwie gefährlich ist. Also, so, solche Sachen. Amazon, was auch immer. Wenn ihr jetzt, ja, safe sein wollt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dann könnt ihr natürlich Kölner Liste nachschlagen. Das ist, ja, ist so ein Ding, wo sich halt, ja, es ist ein, in Anführungsstrichen, Gütesiegel, wo sich jemand einkaufen kann, der halt viel Geld dafür bezahlt, dass sein Produkt getestet wird. Und dann zahlt er noch mehr Geld dafür, dass er anderen Leuten auch sagen darf, dass das auf der Kölner Liste ist und dass er, wenn er es auf die Packung drucken darf, dann kostet das alles noch viel mehr. Ja, dementsprechend teuer ist dann das Produkt. Also, das heißt nicht, jetzt, wenn ein Produkt jetzt nicht auf der Kölner Liste steht, dass es automatisch voll mit Doping ist. Das ist jetzt kein gemeinnütziger Verein, der der Welt helfen will, sondern das ist halt im Prinzip auch ein Unternehmen, was Leute, ja, ja, Geld, sich für eine Dienstleistung bezahlen lässt, damit andere Leute wissen, okay, das ist jetzt dopingfrei. Dementsprechend, wenn ihr da auf safe, die safe gehen wollt, guckt Kölner Liste, ja, und dann kauft ihr das und dann könnt ihr auch sagen, hier, Kreatin ist kein Doping, dies und das so. Kein Problem, ja, also wenn es darum geht, tatsächlich den Eltern zu vermitteln, pass mal auf, ich mache Kraftsport so, es gibt Sachen, die sind im Kraftsport erwiesen, die funktionieren. Das sind unter anderem natürlich Muttis gute Ernährung und da sind wir auch bei Punkt 1 so, das Anabolste, was ihr in euren Körper stecken könnt, ist erstmal Nahrung, weil ohne Nahrung passiert da gar nichts. Ja, dementsprechend ist es wichtig. Mikronährstoffe, damit solche Sachen in eurem Körper funktionieren. Weiter geht es dann in den Bereich so Kreatin, ja, Kreatin, jetzt alle immer so, wow, nach dieser Fernsehserie, Sendung, die da ausgestrahlt sind. Also, es gibt eine Studie, irgendwo, in nirgendwo, ja, also drüben in den Staaten, wo irgendwelchen jungen Footballspielern Kreatin gegeben wurde und da wurden die DHT, also die Dihydrotestosteronwerte gemessen, die sind kurzfristig angestiegen, sind dann wieder abgefallen. Also, das heißt im Prinzip, ja, da kommt dieser Doping-Gedanke her, das ist aber Nonsens, ja, denn letzten Endes flaut der ganze Scheiß nachher wieder ab. Woher kommt das, wenn du jemandem, der irgendwie noch nie irgendwas gegessen hat, ja, also irgendwie gesund gegessen hat, die ganze Zeit nur Rindfleisch reinscheuern würdest, ja, dass er auf die gleichen Mengen Kreatin kommen würde, wie als würdest du das Kreatin supplementieren, dann hättest du den gleichen Effekt. Ist halt einfach der ganze Gedanke dahinter so, der Körper kriegt jetzt Baustoffe, 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 unter Umständen ist in den Baustoffen, also wenn du dem jetzt Fleisch gibst, sind vielleicht noch irgendwelche Hormone oder was enthalten, ne, was die Leute ja auch immer sagen. Ja, im Fleisch sind so viele Hormone. Im Fleisch sind möglicherweise unter Umständen vielleicht ganz selten Hormone drin, ja, wenn das so im Handel ist. Da muss man sich auch nichts vormachen. Wenn wir das aber erhitzen, dann ist der ganze Völlefans tot. Wenn wir das dann essen und uns nicht spritzen, weil im Normalfall isst man Fleisch und spritzt es sich nicht, dann muss der ganze Mist erstmal nochmal über die Leber und dann sagt die Leber, was da noch vom Erhitzungsprozess oder wenn ihr, was weiß ich, Tartar esst oder sowas, was davon übrig geblieben ist, das wird sowieso nicht reingelassen. Also, alles gut, ja. Wo wir aber mal aufpassen müssen, sind solche, ja, ich nenne sie mal Untergrundshops. Und das geht jetzt auch an die Eltern. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen, ja, das wollen jetzt wahrscheinlich einige Kinder ihren Eltern nicht zeigen. Ist aber leider so, dass man natürlich sagen muss, es gibt darunter auch schwarze Schafe. Und das ist der Punkt, wo ich immer wetter und wo ich mich aufrege, sind Prohormone, Sams, diese ganze Völlefans, was alles in Anführungsstrichen, ja, was heißt nicht mal in Anführungsstrichen, was einfach nicht getestet ist, was für den Humanmarkt nicht zugelassen ist, was unter Umständen aufgrund der vielen Nebenwirkungen nicht für den Humanmarkt zugelassen wurde und so weiter und so fort. Der ganze Scheiß wird von ganz ekelhaften Personen illegal im Internet vertrieben. Ja, das wird produziert und verkauft. Und dadurch, dass es niemals Nine-Mittal-Markt zugelassen wurde, ist es kein Verstoß gegen das Nine-Mittal-Gesetz. Da hat jetzt einfach nur irgendwer irgendwas zusammengepanscht. Wenn wir es auf die Stufe treiben wollen, wo es noch ganz interessant wird, dann schreiben wir noch rauf, for research purposes only. Also das heißt nur für Forschungszwecke. Und damit kann ich im Prinzip alles verkaufen, ja. Dann sind wir natürlich bei dem Punkt so, wenn ihr sowas in den Kinderzimmern oder in den Zimmern eurer Kinder findet, so, dann solltet ihr da vielleicht mal das eine oder andere Wort miteinander reden, ja. Letzten Endes ist es so, Prohormone, wie kann ich Prohormone rausfinden? Ihr nehmt einfach den Begriff, der da draufsteht, das ist dann meistens 17-Alpha-Andro-irgendwas, bla bla bla, und googelt das. Und wenn der irgendwo in den Anführungen, also in den Links, die bei Google rauskommen, irgendwas mit Prohormone-DB kommt, ja, also Prohormone-Datenbank, dann müsst ihr euch vielleicht mal draufklicken und dann müsst ihr euch mal durchlesen, was da steht. Und dann wisst ihr, was bei eurem Kind im Kinderzimmer zu Hause steht. Der nächste Schritt sollte dann sein, nicht hier böse, böse, du, du, du hast du nicht gesehen, sondern erstmal drüber reden, warum wird das denn konsumiert und wo haben sie es her. Der nächste Schritt dann sollte sein, dieses Unternehmen oder diesen Shop oder wer auch immer, der das bei eurem Kind veräußert hat, anzuzeigen. Klipp und klar, man muss einfach sagen, das ist, ja, im Worst Case, das ist halt wirklich eine schwere Körperverletzung, weil du jemanden mit einem, ja, Medikament, was kein Medikament ist, weil es nicht zugelassen wurde oder nie zugelassen wurde, einfach schädigst und billig in Kauf nimmst, dass ein Kind sich damit lebenslang, ja, seine Hormone-Achse, also im Prinzip seinen Hormonhaushalt zerstört oder, ja, kaputt macht im Prinzip dadurch, dass es dann halt, ja, wenn du in der Pubertät bist und deine Hormonlevel gerade am Einschwingen sind und du dann von außen ordentlich reinkesselst, so, denn letzten Endes auch Pro-Hormone, auch wenn sie nur Pro-Hormone heißen, sorgen letzten Endes im Körper dafür, dass sie zu Hormonen werden, das ist so immer der grundlegende Faktor und dann hat das natürlich einen Einfluss auf die körpereigene Hormone-Produktion. Wenn du jetzt gerade in so einem Einschwingprozess bist, das heißt so in so einem Kalibrierprozess, Justierung, ne, der Körper versucht sich da jetzt mal rauszufinden, wo wollen wir denn hin, welcher Bereich ist denn für mich jetzt gesund, welcher ist ungesund, ne, wir kennen das ja, Pubertät und hier ein bisschen da Stimmungsschwankungen, dies, das und so, dann, ja, ist das vielleicht nicht so gut, wenn man da dann einfach mal mit der großen Hormonkanone von außen reinfeuert. Das ist auch der Grund, weswegen ich sage, hey, werdet erstmal 25, vorher habt ihr sowieso genug Testosteron zur Verfügung, ja, ihr seid im Aufbau, um vernünftig aufzubauen und dann mit 25, wenn ihr dann immer noch meint, ihr müsst irgendwie nachhelfen oder was auch immer, dann informiert euch so und dann, ja, letzten Endes, je öfter du es verbietest, desto mehr steigt der Drang natürlich dazu, es zu machen. Dementsprechend guckt euch die Nebenwirkungen an und wenn ihr dann immer noch sagt, ja, das will ich mir antun, ja, ist das eure Sache, ja, seid ihr alt genug, alles ist gut, alles ist eingeschwungen, die Reversibilität der Schäden wird, ja, besser, das heißt, die Möglichkeit, dass man danach wieder ein geordnetes Leben führen kann, ist höher, ja, wenn du das in der Pubertät machst, ist es nicht so gut, ja, und da muss man dann halt quasi einfach mal mit den Kindern reden, ja, und dann sagen, ey, Leute, das, was ihr da macht, ist jetzt nicht so klasse. Letzten Endes sich auf Stern-TV oder auf Spiegel-TV oder was auch immer da zu verlassen und zu sagen, Kreatin ist böse, ist Quatsch. Es gibt in diesem Sport einige Sachen, die funktionieren, Eiweiß, wissen wir alle, ja, brauchen wir irgendwie, wie die Nahrung funktioniert, unter Umständen halt auch als Pulver. Ob das jetzt ein Whey ist, ob das ein Reisprotein ist, was weiß ich, keine Ahnung, ja, aber das ist immer was, ja, der Einstieg, sage ich mal, ne, also damit kann man dann sagen, okay, ich will jetzt Fitnesssport betreiben, andere Leute, die, was weiß ich, Hobbyfliegen oder hier, wie heißt das da, Hobbyflug, was auch immer, ja, Bastlermenschen so, die brauchen dann neue Servomotoren, die brauchen dann Rotoren, die brauchen eine neue Fernbedienung, was auch immer. Der Sportler an sich braucht neue Schuhe, neue Klamotten, neue Trainingsgadgets und Supplemente, ja, sind so halt einfach Sachen, die gehören da irgendwie dazu, wirklich brauchen tut man sie nie. Ja, also, Eiweiß ist der erste Punkt. Kreatin ist dann das nächste Ding, so der nächste Schritt, den man dann halt im Prinzip gehen soll, da müsst ihr euch auch nicht stressen, liebe Eltern. Kreatin ist im Prinzip was, was ganz normal in rotem Fleisch vorkommt, ja, wird in eurem Körper im Prinzip dazu gebraucht, ja, Phosphat zur Verfügung zu stellen, guckt euch dafür vielleicht mal ein Kreatin-Video an und wisst ihr genau, was Kreatin macht, wofür das da ist, ATP, ADP-Generation, also das heißt von ADP, Adenosindiphosphat in ATP, ein Phosphat ranhängen, also von Diphosphat auf Triphosphat kommen, das heißt, wir brauchen irgendwo dieses Phosphat. Genau das ist das Kreatin, Kreatinmonohydrat sorgt dafür, dass es quasi dieses Phosphat im Körper hält, was dann gebraucht wird, damit von der energieschwachen Form auf die energiereiche Form wieder zurückzukommen, das heißt, dass man mehr Power im Training hat. Hat mit Doping nichts zu tun, ist auch in jedem normalen roten Fleisch drin, also kein Stress deswegen. Bei allen möglichen Sachen, die sich als Wachstumsbooster, dies, das und sowas schimpfen, echt. Guckt nach, ob ihr es auf Amazon kriegen könnt, ansonsten, wenn da hinten drauf so ein komischer, wirrer Begriff steht, das Ding einfach mal googeln, wenn sich das rausstellt als ein Prohormon oder ein SARM oder was auch immer, selektiver Androgen-Rezeptor-Modulator, dann mal genauer hinhören, mal mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen oder was auch immer, mit eurem Kind halt einfach ins Gespräch gehen und sagen, ey, Digga, wo ist das her so? Ist vielleicht nicht ganz so geil. Ich habe da was auf YouTube gesehen von diesem Go-Go, vielleicht kennst du den ja. Ja, bringt nicht so viele Vorteile, bringt einen Haufen Nebenwirkungen, auch wenn alle immer sagen, es bringt nur Wirkung und keine Nebenwirkungen. Jeder, der ein bisschen länger auf dieser Welt ist, weiß, dass jede Wirkung eine Nebenwirkung nach sich zieht. Daher auch mein Motto, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und da muss man halt auch klipp und klar sagen, ja, diese SARMs sind noch nicht getestet. Die sind nicht frei an dem Menschenmarkt verfügbar, genauso wenig, wie es die Prohormone sind. Prohormone wurden irgendwann in den 60ern entwickelt, da wurden ein Haufen Steroide entwickelt, auch für den Sportdoping, für den Kriegseinsatz und so weiter und so fort. Und da hat man sich dann gesagt, okay, nee, das hat zu viele Nebenwirkungen, das, nee, das hat zu wenig Wirkung, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und genau diese Sachen werden jetzt rausgesucht von irgendwelchen, ja, dubiosen Firmen. Ja, und die produzieren das, stecken das in eine Kapsel, packen das in eine Dose und verkaufen das quasi an Kinder. Und ja, der nächste Punkt, was dann im Prinzip die nächste Stufe wäre, wären Steroide so. Aber da, das würdet ihr sofort merken im Prinzip, wenn euer Kind sich Steroide reinknallt, da würdet ihr eine sehr, sehr drastische Veränderung im Verhalten, in der Optik, in allem Möglichen feststellen. Und ja, so schlimm das klingt, da muss man dann, ja, ich will da keine Ratschläge geben. Ich persönlich würde drüber nachdenken, ich wüsste nicht wirklich, wie ich mit meinem Kind umgehen würde, wenn es schon so weit ist. Ja, weil da muss ich im Vorfeld schon relativ viel, ja, mich nicht um mein Kind gekümmert haben oder nicht viel, nicht diesen Bezug zu haben, dass es dann, dass mir dann auf einmal auffällt, dass es anfängt zu stoffen. Ja, also das, normalerweise passiert sowas auch nicht in den ersten zwei, drei Wochen, wenn Kraftsport anfängt, sondern normalerweise ist der Schritt, die Überwindung dahin zu gehen, ist dann halt schon ein bisschen größer. Wenn es dann so weit ist, ja, hm, ich weiß, glaube ich, wie ich interagieren würde so, aber ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis das so weit wäre mit irgendwelchen Kindern. Ja, dementsprechend muss man dann halt sehen. Da seid ihr dann halt gefragt und alternativ. Ich glaube, dagegen anzureden ist in dem Moment nicht mehr förderlich. Ich glaube, das bringt nicht mehr viel, weil dann ist es ja schon so weit. Da wurde wahrscheinlich sehr viel Geld für ausgegeben im Hintergrund. So, ja, da kann man sich dann nur angucken, was konsumiert mein Kind dann da. Dann vielleicht ins Gespräch gehen, drüber nach, also drüber rausfinden, was sie konsumieren, wie viel sie davon konsumieren, was das dann für Schäden habt. Auch dafür habt ihr alle möglichen Präparate auf meinem Channel, wo ihr euch darüber informieren könnt, was da passieren kann. Nochmal, es muss nicht alles passieren. Es muss nicht immer zu den schlimmsten Nebenwirkungen kommen, aber es gibt definitiv Leute, die haben diese Nebenwirkungen und man selber weiß immer nicht, was für einen selber passiert. dementsprechend, ja, dann darüber informieren. Denn je mehr man weiß, desto mehr kann man wahrscheinlich auch auf einem Level dann interagieren und mit jemandem drüber reden. Ja, bloß nicht hingehen von oben herab und du musst und du darfst nicht und so. Das wird in einem, ja, jugendlichen Kopf einfach nicht so ankommen. Denn man sieht ja dann, man hat die Erfolge, man hat, ja, was weiß ich, da unter Umständen noch diese, ne, diese, diese Fantasie. Man möchte aussehen wie einer von diesen Fitness-Youtubern. Toll, ne, Strandkörper, dies, das und so. Ähm, ja, die Erfolge kommen natürlich. Dafür sind Steroide gemacht. Es ist einfach so, da muss man auch nicht drum herum reden. Natürlich, Steroide bauen Muskulatur auf. Keine Frage. Aber keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Und da müsst ihr dann halt, ja, wahrscheinlich einfach mal mit euren Kids dann ins Gebet gehen. Ja, aber nicht großartig, ja, hetzen und hassen und was auch immer. Denn das hat bis jetzt noch, ja, nirgendwo zu einem wirklichen Ziel geführt. So, das soll soweit gewesen sein. Ähm, ja, ich denke, viel mehr großartig kann man da nicht so sagen. Denn da gibt es keine Allgemeinlösung oder was auch immer. Sondern da muss man halt dann einfach mal, ja, individuell schauen, wie, was, warum. Und, äh, bitte nicht rangehen mit dieser Geschichte. So, alle Nahrungsergänzungsmittel sind böse und schlecht und was auch immer. Denn viele Nahrungsergänzungsmittel sind, äh, ja, einfach auf dem Markt, weil sie auf dem Markt sind. Einige, wenige bringen was davon. Ein Haufen davon ist, ja, Nonsens und Irrsinn. Aber wenn die, wenn die Freunde und Kumpels das halt auch nehmen und das so toll ist, ja, dann können sie es so euch machen. So, also es ist halt nicht schädlich. Ja, darum geht es. Also bloß, weil irgendein, so ein cleverer Gelehrter in irgendeinem Sternenspiegel, was auch immer TV, äh, sagt Kreatin ist Doping, heißt es noch lange nicht, dass es Doping ist. Anderer Punkt hingegen, Hardcore-Booster. Ja, bei Hardcore-Boostern, wenn euer Kind morgens nicht mehr aus dem Quark kommt, so, und auch an alle Kids, die das jetzt gucken, oder an alle Jugendlichen, eigentlich an alle Leute, die das gucken, ja. Ja, Hardcore-Booster braucht die Welt nicht. Ihr macht euch letztendlich abhängig von dem Mist und am Ende seid ihr beschissener drauf als vorher. Ja, aber ich glaube, das habe ich auch schon oft genug gesagt bei diesem ganzen Hardcore-Booster-Mist. Wenn der Kaffee nicht mehr reicht, so, dann muss man mal gucken, wo dran es liegt, ne. In diesem Sinne, äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und, äh, haut da rein und, äh, bleibt geschmeidig.